Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim Kaimi Report auf YouTube an diesem Dienstag, den 2. April 2024. Hoffentlich nicht zu viele 1. April-Scherze gehabt gestern und trotzdem schöne Ostern verbringen können. Schön seid ihr wieder bei uns, das freut uns immer ausgesprochen und wir möchten gleich zu Beginn auf unsere 30-Tage-Regel hinweisen und wir schenken euch natürlich als Lokalmatadoren den Tag von gestern für diejenigen, die noch nach Münchenstein kommen möchten, obwohl es 29 Tage sind. Aber viele sind gestern zurückgekommen aus einem Osterurlaub. Man weiss ja, wie das ist. Man steht im Stau, man ist müde vielleicht, die Bahnen, die Züge sind überfüllt. Man denkt, ach, jetzt habe ich es halt eben verpasst. Ja, wir sind eben, wie wir sind. Und darum geben wir noch bis heute Mitternacht für den Gig, für die Aufführung. In Hofmatzal in Münchenstein vom 30. April geben wir noch einen Tag Early Birds bis heute Abend, damit die nicht dorthin kommen, sondern vielleicht nach Thun ins Rössli, ins Restaurant Rössli Dürrenmatt, damit ihr die Frist nicht verpasst, weil da sind wir dann knallhart. Am 3. Mai ist dieser Gig, also am 3. April, sprich morgen Abend, läuft dann diese Frist ab. Und wer am 4. Mai auf den wunderschönen Raten Oberärgerie kommen möchte, der Restaurant Raten zum Freiheitskämpfer Ivan Itten als Wirt. Auch bis dann einen Tag länger gibt es dort noch Early Birds. Ich habe hier geschrieben, 20.15 Uhr. Also es gibt ja ein Essen vorher, optional, aber empfehlenswert. Es wird um 20.00 bis 20.15 Uhr beginnen. Also die, die nicht essen, guckt, dass ihr auf jeden Fall rechtzeitig da seid. Tickets gibt es unter info.männerpraxis.ch oder alle anderen Spielorte auf megashwyzer.ch. Das wäre schön, wenn ihr da kommen könntet. Jetzt aber zum Thema von heute. Das heisst die Hand Gottes und der Finger Allas. Wir sind ja nach Ostern, das Wichtigste. Fest im Christentum sind wir alle ein bisschen in religiöser Stimmung oder tun zumindest so, als ob. Nun gut, in Medias Race gehen wir mitten in die Geschichte rein. Das ist Antonio Rüdiger, Deutscher Gebürtiger in Berlin und er spielt Fussball professionell nach Chelsea in London jetzt seit 2022. Por el Blancos für die Königlichen von Real Madrid. Auch das ist Antonio Rüdiger, Deutscher Nationalspieler. Und auch das ist Antonio Rüdiger hier mit dem Präsidenten von Real Madrid, quasi als Businessman, der sich selbst vermarktet. Oder wie heisst dieser Mann? Der heisst Fiorentino Perez, das ist der Präsident von Real Madrid. Ein grosser Star. Die Welt hat geschrieben, endlich ein König. Also endlich bei den Königlichen angekommen. Darum ein König. Nun, Antonio Rüdiger ist Sohn eines Deutschen und einer Frau, Lili Rüdiger. Sie stammt aus Sierra Leone. Und Sierra Leone ist sehr stark, insbesondere muslimisch geprägt. Nun, Rüdiger machte zuletzt nicht unbedingt auf dem Platz allergrösste Schlagzeilen. Wir wissen, Deutschland hat jetzt zwar Frankreich geschlagen, aber in einem Freundschaftsspiel, sonst waren da nicht viel Ruhmesblattgeschichten herum, sondern mehr Schlagzeichen als sportlich durch ein Foto, das er selbst in den sozialen Medien, zum Beispiel auf X, verbreitete. Und das ihn zu Beginn des Fastenmonats Ramadan in einem weissen religiösen Gewand mit erhobenem rechten Zeigefinger zeigt. Und so sieht das aus, liebe Freunde. An diesem Finger, es gab ja mal den Stinkefinger von Stefan Effenberg, deutscher Spieler, der den Finger den Zuschauern gezeigt hat an einer Fussball-WM. Dann gab es eben auch mal noch eine wichtige Hand im Fussball, da komme ich darauf zurück. Aber an diesem Finger erhitzen sich aktuell die Gemüter. Die alles entscheidende Frage ist, dieser Finger in Deutschland, generell im Christentum im Westlichen oder im Mitteleuropa, eher als Zeichen des islamischen Staates IS bekannt oder als religiöses Zeichen und Bekenntnis tiefgläubiger Muslime zu Allah? Fragezeichen. Dazu gibt es keine Umfragen. Das muss jeder Betrachter aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus irgendwo, irgendwie, irgendwann selbst entscheiden. Eine besondere Rolle mag hier auch der zeitliche Zusammenhang zur Fussball-Europameisterschaft in Deutschland in wenigen Monaten, etwa in 80 Tagen, Beginn 14. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Und wie die einigermassen informierten, fussballtechnisch zumindest wissen, Deutschland ist in der gleichen Ausscheidungsgruppe, also Vorrundengruppe, wie die Schweiz. Die vierte Mannschaft in dieser Gruppe ist Ungarn. Ich glaube, die Schweiz spielt am, behaftet mich nicht, etwa am 25. Juni gegen Los Alemanos, gegen Germania, gegen Deutschland. Nun, der ehemalige Bild-Chef Julian Reichelt, der hat ja jetzt einen eigenen Kanal, News heisst diese Plattform, hatte sich schnell und gleich mehrfach kritisch zur von Rüdiger geposteten Geste des Mittelfingers geäussert. Reichelt twitterte etwa zum Spiel Frankreich gegen Deutschland, 2 zu 0 für Deutschland, am vergangenen Samstag. Islamzitat, habe ich ja da, könnt ihr selber. Islamismus heute Abend in der deutschen Startelf. Das ist die Ideologie, die alles mit Regenbogenfarben vom Dach wirft und Frauen steinigt. Antonio Rüdiger sollte uns mehr besorgen als ein Nike-Trikot. Nun, diese Anspielung verstehe ich nicht mit dem Nike-Trikot, da muss irgendwas gewesen sein, keine Ahnung, aber er scheint besorgt zu sein ums Vaterland der gute Julian Reichelt. In den vergangenen Tagen wurde allerdings, nicht nur wegen ihm, hitzig darüber diskutiert, für was dieser Finger tatsächlich steht. Diese Diskussion erinnert ein Stück weit an die Debatte um den Ex-Nationalspieler Mesut Özil, der ja zusammen mit Gündogan da noch geehrt wurde von Erdogan, weil es sind ja beides gebürtige Türken, und dieser Mesut Özil, nicht reichlich beschenkt mit Intelligenz, wie wir mittlerweile wissen, er trägt mittlerweile das Zeichen der rechtsradikalen grauen Wölfe auf seiner Brust, tätowiert. Hier hatte allerdings bisher niemand versucht zu erklären, dass es doch nur eine Liebe zu den Wölfen und zu einem Halbmond sein könnte, die Özil da stolz auf seiner Heldenbrust demonstriert. Denn diese Symbolik ist ziemlich unbestritten. Auch die Süddeutsche Zeitung sieht das ziemlich klar. Sie schreibt, Mesut Özil bekennt sich mit einem neuen Tattoo zu den rechtsextremen grauen Wölfen. Damit wendet er sich endgültig von seinem Heimatland ab und von einer Menge Menschen, für die er einst als Vorbild galt. Also wenn die Süddeutsche Zeitung, die Alpenprafta, das Wort Heimat in den Mund nimmt, dann muss es schon ziemlich dicke Luft sein. Nun, auch im Fall Rüdiger Reischelt auch wieder aufgewärmt wird hier die Debatte, ob der Islam nun zu Deutschland gehört oder eben nicht. Und womöglich ist das sogar der eigentliche Kern dieser Diskussion. Denn ob Reischels Einordnung des Fingers nun die richtigere ist oder die von Rüdiger behauptete Intention die wahrere. Der Nationalspieler hat mit seiner Gäste im Vorfeld der Europameisterschaft ein klares Zeichen gesetzt, dahingehend, dass der Islam selbstverständlicher Teil von Deutschland ist. Ein Politikum? Und man muss auch hier die Frage zulassen, warum Rüdiger am freien Arm nicht gleich noch eine Regenbogenbinde trägt, die Nancy Faeser bei der WM in Katar zum Politikum gemacht hat und stolz auf der Tribüne spazieren führte. Am 27.03. wurde bekannt, dass der Deutsche Fussballbund und Antonio Rüdiger – der Deutsche Fussballbund kürzt sich ab DFB – und Antonio Rüdiger gegen Julian Reischelt juristisch vorgehen. Und zwar, sie zeigen Julian Reischelt an. Nun, die Zeit etwa schreibt. Das Management von Rüdiger und der DFB bestätigen die Anzeigen. Dabei geht es um Beleidigung bzw. Verleumdung, verhetzende Beleidigung und Volksverhetzung. Julian Reischelt meldete sich ganz früh morgens auch via X zu Wort. Seine Wortmeldung hier in ungekürzter Wiedergabe, meine Damen und Herren. Julian Reischelt. Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post, also nicht nur X, offenbar auch Instagram, den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten zwei Jahrzehnten von Terroristen vollständig vereinnahmt worden. Es ist unstrittig zum Gruß von ISIS und islamistischen Mördern in aller Welt geworden, von Menschen, die auch in Berlin gemordet haben und Unheil und unermessliches Leid über die Welt bringen. Reischelt weiter. Wer als erwachsener Mensch diesen Gruß zeigt und in der Vergangenheit mindestens einmal Posts von Islamisten geliked hat, weiss das sehr genau. Der deutsche Verfassungsschutz und seine Landesämter wehrten den erhobenen Finger als Zeichen islamistischer Radikalisierung. Die Innenministerin Nancy Faeser nennt die Geste inakzeptabel. Wer öffentlich so posiert, zeigt ganz bewusst den Gruß von Fanatikern und nicht eine unschuldige spirituelle Geste. Es ist eine Normalisierung einer schrecklichen Ideologie, die in diesem Land schon viel zu viel Raum erobert hat. Auch und gerade, weil es um einen beliebten Nationalspieler geht, darf man sich nicht einschüchtern lassen. Man muss darauf hinweisen, dass diese politische Ideologie gegen alles steht, was unsere Werte sind. Was Antonio Rüdiger und der DFB hier anwenden, sind Einschüchterungsmethoden. Niemand soll es mehr wagen, Kritik daran zu äussern, wenn der Islamismus und seine Symbole voran marschieren. Man darf sich dem niemals unterwerfen. Der erhobene Zeigefinger des Islamismus, mit dem Terroristen auf der ganzen Welt ihre Morde feiern, gehört nicht zu Deutschland. Ich werde mir niemals verbieten lassen, das zu sagen. So Julian Reichelt. Nun, auch der Rechtsanwalt Dirk Schmitz hat die Causa der Finger des Antonio Rüdiger kommentiert. Er sagt, was sagt eigentlich der Islam über dieses Verhalten? Das heisst, wenn ein gläubiger Muslim ostentativ im weissen Gewand für oder über Social Media ein solches Affentheater veranstaltet. Dieses Verhalten wird im Islam als Ria bezeichnet. Schmitz weiter. Ria oder Angeberei ist ein Konzept im Islam, das sich auf die Ausführung guter Taten oder religiöser Praktiken mit der Absicht bezieht, andere zu beeindrucken oder ihre Anerkennung zu suchen, anstatt Allah, Gott, allein zu gefallen. Eine andere, aber sehr ähnliche Definition, Ria, geschehen werden wollen, in etwa übersetzt offenbar, ist ein missbilligender Begriff der islamischen Ethik für ostentativ zur Schau gestellte Frömmigkeit und religiöse Scheinheiligkeit, bei der gottesdienstliche Handlungen nicht für Gott und wegen ihres jenseitigen Wertes ausgeführt werden, sondern um andere Menschen zu beeindrucken. Soweit Rechtsanwalt Dirk Schmitz. Nun gut, man kann ja da streiten, ob das jetzt eine persönliche, eher religiöse, spirituelle Geste ist. Ich bin der Meinung, es ist schon relativ krass, vor allem in den Zeiten, die jetzt passieren, mit dem auch sehr ungeschickt gewählt, mit diesem islamistischen, vielleicht islamistischen Anschlag in Moskau. Und da stellt sich natürlich die Frage ein, so hochbezahlter Spieler, nicht nur von Real Madrid, sondern auch von der deutschen Nationalmannschaft, eben von diesem deutschen Fussballbund, ausser sie scheiden schon wieder in der ersten Runde aus, kann man da vor allem von der Vereinsführung in Madrid, von Real oder aber auch vom deutschen Fussballbund nicht verlangen, um etwas Zurückhaltung zu bitten auf den Social Medias. Schliesslich sagt man ja jedem jungen Mensch, Achtung, pass auf, was du auf Insta oder auf Facebook oder wo auch immer postet. Wenn du dich bewirbst, wird das von gewissen HR-Kreisen angeschaut, abgecheckt und das kam deiner Bewerbung bis sogar zu deiner Karriere schaden. Es gibt auch Berufe, wo man unterschreibt, dass man keine Risikosportarten betreiben darf, weil das Unfallrisiko zu gross ist. Und da ist jetzt eben wieder die Frage, wie stark sind diese Eingriffe dann in die Menschenrechte? Aber ich finde, Antonio Rüdiger kann Buddhist sein, er kann Muslim sein, er kann praktizierend Christ, praktizierend der jüdischen Religion angehörend. Aber ist das gerade in diesem Fall, dass nicht einfach in ein Gotteshaus, egal ob das Tempel, Moschee oder Kirche heisst, in private Räume gehört, Andachten und so weiter. Und muss man das wirklich so öffentlich posten? Und ich gebe da mit Dirk Schmitz schon etwas einig, oder? Also dieses zur Schau stellen wollen. Ich bin ja nicht nur ein Multimillionär und ein ganz passabler Verteidiger im Fussball, sondern eben, ich bin ja auch ein bekennender Ramadanist, also ein Muslim, der dem Ramadan huldigt. Ich finde das auch ein bisschen mehr als gutes Tun und darüber reden. Aber was ich finde, ist völlig egal. Lasst mir eure Kommentare in der Kommentarbox, wenn ihr Lust habt. Und bleibt anständig bitte, diffamiert keine Religion und keine Menschen. Aber das ist ja bei fast allen von euch absolut selbstverständlich, wie ich immer wieder mit Freude feststelle. Was mir aber in den Sinn kommt, ist nicht diese One-Love-Armbinde, die Manuel Neuer, der Torhüter, getragen hat, die dann auch von der FIFA verboten wurde, sondern mir kommt etwas in den Sinn von 1986. Das ist schon beim Porträt vom Kaiser Franz Beckenbauer gebracht. Wir sind jetzt also einen Schritt weiter. Wir sind von der Hand Gottes, La Mano de Dios von Maradona, der ja da ein Tor, also ich glaube, auf diesem Foto sieht man es supergut. Es war gegen, soviel ich weiss, gegen England im Halbfinal geschossen hat und damit die Argentinos, Los Gauchos in den Final gebracht hat. Wir sind von der Mano de Dios, von der Hand Gottes, sind wir jetzt zum Finger Allas vorgeschritten. Etwa 38 Jahre später. Und da kann man zum Schluss, wenn man Anhänger der muslimischen Religion ist, dann kann man nur sagen «Alau Akbar» oder Tim Kellner würde sagen «fettes Doppeldislike», wie das dieser Mann hier macht. Ich sage lieber was anderes. Ich sage «Amandla», «Avetu» und dass wir am Ende dieses Videos sind. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen ganz schönen Osterdienstag. Wahrscheinlich werden die meisten wieder im Stollen sein und dann aber einen schönen Feierabend. Die Woche ist ja einen Tag für viele kürzer. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, versagt nicht mit unserer kleinen Unterstützung. Wir können es wirklich gebrauchen und macht es gut. Wir sehen uns sehr bald.